Moin zusammen, wir sind hier heute zusammengekommen, um den allerersten NBB Tech Talk abzuhalten. Hat noch keinen wirklichen Namen, aber da überlegen wir uns noch was, beziehungsweise ihr. Und wir wollen euch hierin einfach mal die News der vergangenen Woche so aus dem Tech-Bereich diskursiv quasi aufbereiten. Im Dialog. Genau. Und ich bin Clemens, das ist mein guter Kollege Daniel. Jetzt geht's los. Um mich kurz vorzustellen, ich bin neu bei NBB und ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich schon vielleicht ein paar Mal in den News gelesen haben. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch öfter mal in Video- oder auch in Audio-Format auftauchen. Und ich hätte gesagt, wir legen jetzt gleich los, damit wir euch nicht die ganze Zeit zutexten. Und was hätten wir denn als erstes Thema, lieber Clemens? Ja, lieber Daniel, unser erstes Thema ist eins, was viele Tech-Fanatiker, glaube ich, richtig interessiert. Und zwar der Marktanteil von AMD. AMD baut ja richtig krasse Prozessoren derzeit. Für viele auch die besten Prozessoren, die derzeit auf dem Markt sind. Zumindest preis-leistungstechnisch. Auf jeden Fall. Oftmals auch leistungstechnisch, gerade so für Kreativanwender. Aber Intel ist natürlich auch nicht schlecht. Und wir sind so ein bisschen, würde ich sagen, die Schweiz. Wir wollen uns jetzt nicht irgendwie einer Firma zuwenden und sagen, die sind jetzt besser. Sondern wir wollen wirklich wissen, wie weit kann denn AMD noch kommen, was den Marktanteil angeht. Denn mehr Konkurrenz ist für uns als Kunden natürlich immer das Beste. Günstigere Preise und so weiter. Was denkst du denn? Also wie weit kann AMD da noch kommen? Tatsächlich ist AMD, finde ich, gerade in einen unheimlich interessanten Zeitpunkt reingerutscht. Denn eigentlich waren sie mal die Underdogs. Intel war oben. AMD hat immer versucht aufzuholen. Dann ist Intel gestolpert beim Fertigungsprozess. Und jetzt hat AMD eigentlich die Chance, mal Marktanteil wett zu machen. Das heißt einfach durch bessere Preis-Leistungs-Sachen. Vielleicht irgendwann mal durch wirklich, wir sind leistungsstärker als Intel. Und oder auch in verschiedenen Sektoren. Zum Beispiel ist der Notebook-Markt immer noch extrem dominiert von Intel. Die AMD 3000 und 4000 Reihe für Notebooks ist aber super interessant und auch super potent. Und mit dem könnten sie jetzt tatsächlich ein bisschen Intel überholen und oder zumindest ein bisschen Marktanteil wett machen. Auf jeden Fall ein bisschen Marktanteile wett machen. Du hast gerade den Underdog-Status angesprochen von AMD. Und dass der jetzt nicht mehr so der Fall ist. Aber ich würde dagegen halten ein bisschen, muss ich sagen. Denn AMD hat, wenn wir jetzt einfach nur mal auf den Umsatz gucken, das mag jetzt vielleicht erstmal langweilig sein, aber sieben Milliarden hat AMD im Jahr einen Umsatz. Das klingt jetzt erstmal nach viel, aber dann guckst du dir Intel an und die haben halt 71 Milliarden. Die sind halt als Firma zehnmal so groß. Das muss man sich mal geben, um es mal ganz salopp zu sagen. Und die stecken im Jahr zehn Milliarden in die Forschung. Also mehr als AMD überhaupt im Jahr umsetzt, haut Intel dann wieder raus, um irgendwie an neuen Prozessoren oder an neuen Techniken zu forschen. Und AMD kämpft ja auch noch an zwei Fronten. Genau. Intel aber vielleicht auch bald. Stimmt. Was machen die dann nochmal? Genau. Intel hat ja zum Beispiel auch einige Ausblicke auf ihre XE-GPUs gegeben. Und es gibt schon länger die XE-GPUs sind angekündigt. Das war aber dann eher so im Einsteiger- und Mittelpreissegment, Mittelklasse-Segment sollten die sich befinden. Und jetzt hat Intel angeteased, beziehungsweise es gab ein paar Leaks auch, dass sie vielleicht im High-End-Gaming-Segment dann Fuß fassen wollen Ende 2021. Und es gab ein paar Gerüchte, wie dann die Specs sein sollen. Und wenn die stimmen, könnten die mit Ampere und Big Navi so auf einer Linie liegen. Zumindest was die technischen Daten auf dem Papier angeht. Gerade diese Grafikeinheiten von Intel bringen mich dann aber auch wieder zu AMD. Denn die werden ja entwickelt von Raja Koduri, ehemaliger Chef-Entwickler von AMD. Ja, die wechseln immer so ein bisschen. Ja, die wechseln nicht, die werden abgeworben tatsächlich. Denn Intel hat halt mehr Kohle. Und die sagen dann, jo, ihr habt da gute Leute. Hier, die bewerfen die eben mit Geld, bis die zu Intel kommen. Und da sind wir wieder beim alten Problem. Wie weit kann denn AMD wirklich kommen als Underdog und als viel kleinere Firma? Und ich bin leider, muss ich sagen, noch ein bisschen skeptisch. Also ich wünsche mir sehr, dass AMD 50% Marktanteil in allen Lagen irgendwie erreichen könnte. Das wäre in der Traumwelt. Genau. Das ist eine sehr, sehr romantische Vorstellung, leider. Und deswegen sind sie für mich auch noch ein Underdog, der da vielleicht nicht ganz dieses Niveau erreichen kann von Intel. Ja, ich glaube nicht, dass die da rankommen. Ich glaube es auch nicht. Aber sie können jetzt wirklich einige Prozente wegmachen, was den Marktanteil angeht. Und ich glaube auch einiges an Ruf können sie sich jetzt dadurch gewinnen. Auf jeden Fall haben sie ja schon. Eben, sie haben sich mit Ryzen wirklich auch wieder rehabilitiert im Vergleich zu Bulldozer. Aber wirklich mit Ryzen haben sie einiges richtig gemacht und sind auch rufmäßig auch bei den Konsumenten und vor allem bei uns Gamern deutlich wieder gestiegen. Genau. Aber Intel, wenn die dann eben mal mit Tiger Lake 10 Nanometer und später 7 Nanometer um die Ecke kommen, könnte es knapp werden. Da ist dann eben die Frage, wie weit kann sich AMD bis dahin absetzen von dem derzeitigen, was Intel eben bietet. Die haben sich halt mit 14 Nanometer und einem alten Fertigungsprozess verrannt. Ja, aber wie gesagt, AMD kämpft ja auch noch an zwei Fronten. Und das bringt mich dann auch so ein bisschen zum nächsten Thema, was wir haben. Sehr guter Übergang, mein werter Kollege. Genau. Das nächste Thema sind tatsächlich NVIDIAs Ampere und auch ein bisschen Big Navi. Denn es gab ein paar neue... Also Grafikkarten. Genau, Grafikkarten. Ampere ist die neue Grafikkartengeneration von NVIDIA, die kommen soll. Sogar recht zügig. Und die wird am 1. September vielleicht vorgestellt. NVIDIA hat einen sehr mysteriösen, es kommt bald etwas, Teaser auf Twitter gepostet. Und wir vermuten, dass es sich dabei um die Ankündigung von Ampere handelt. Da wird auch ein bisschen was vorgestellt. Jensen stellt seine neueste Lederjacke vor. Immer. Immer. Lederjacken sind überlebenswichtig. Der NVIDIA CEO. Genau. Und das wird halt interessant, denn AMD hat jetzt mit der 5000er-Reihe auch wieder einiges im Grafikkartensegment wettgemacht, weil es eigentlich eine sehr, sehr gute Preis-Leistungs-Grafikkarte ist und die auch wirklich gut abliefert, leistungstechnisch. Wenn jetzt aber NVIDIA wieder nochmal mit der neuesten Generation wieder nochmal eine Schippe draufsetzt, wird es wieder eng für AMD. Und AMD hat eben Big Navi, was quasi ihre große Ausbaustufe und der nächste Schritt sein soll. Haben sie in der Hinterhand und wollen damit Ampere dann Konkurrenz machen. Und das ist gerade so ein kleines Rennen. Ja, die ersten Leistungsdaten so zu Ampere oder die Specs zu Ampere, die rausgekommen sind, sprechen ja unter anderem von einem absoluten Top-Modell, was 24 GB V-Rahmen bekommt. Endlich, endlich. Und nichts unter 8 GB, was so die Leaks angeht. Klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut, aber die Preise sollen dementsprechend auch extrem werden. Sagen jetzt erste Leaks, andere widersprechen wiederum. Ganz viel Spekulatius noch im Umlauf. Wollen wir uns jetzt auch gar nicht so weiter groß zu äußern. Aber was ich auch wieder spannend finde, ist dann dieser Wettkampf. Ich glaube, das ist für die meisten auch am spannendsten zwischen AMD und Nvidia. Big Navi oder RDNA 2, also das ist jetzt RDNA 1, die sind auch deswegen so gut, weil es eine neue Architektur ist, diese Grafikkarten. Aber die zweite Generation davon für AMD soll noch besser werden, deutlich besser. Also 50% mehr Effizienz pro Watt. Das ist eigentlich ein gigantischer Sprung. Und die geistert jetzt tatsächlich schon seit über einem Jahr durch die Gerüchteküche. Big Navi. Also dieses Flaggschiff an Grafikkarte, was AMD da rausbringen will, dauert auch jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile, oder dauert schon seit einer ganzen Weile an, dass wir sie erwarten. Denn Sony soll unter anderem daran mitgearbeitet haben an der Architektur. Denn RDNA 2 kommt eben auch in den neuen Konsolen rein. Was super interessant für AMD ist, denn ja, die hatten jetzt tatsächlich schon auch in den jetzigen aktuellen Konsolen beide CPU und GPU gestellt. Jetzt wird es aber tatsächlich interessant, weil sie jetzt nämlich dann quasi bei den heimischen Computern und in den Konsolen dieselbe Architektur verwenden. Das war bisher nicht der Fall. Und dadurch könnte AMD wieder eigentlich einen Bonus gewinnen. Denn wenn ein Spiel gut auf der Playstation läuft, zum Beispiel auf der PS5. Und die werden eben dafür optimiert, also die Spiele, dass sie auf diesen Architekturen laufen. Genau. Und dann holt man es auf dem PC und es läuft halt auf AMD dann vielleicht einfach besser als auf Nvidia und Intel. Von Haus aus. Kann sein. Muss nicht, kann sein. Aber durchaus wahrscheinlich, sagen wir mal so. Denn bis dato konnte AMD seine Spieleleistung in den vorherigen Generationen nicht so wirklich auf die Straße bringen. Also AMD hat oftmals richtig starke Computing-Grafikarten aufgebaut. Genau, die hat eine richtig potente Hardware. Ja, aber irgendwie waren die Spiele wieder nie optimiert. Die Treiber haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ich glaube, es lag nicht an den AMD-Treibern. Die waren eigentlich immer gut im Polish. Aber die Spiele waren nie auf AMD wirklich optimiert ausgelegt. Ja, die Architekturen waren halt nicht wirklich spieletauglich teilweise. Also Vega zum Beispiel oder GCN, Graphics Core Next, war super bei Computing. Ein Haufen Teraflops. Oh ja. Aber nicht auf die Straße gebracht in Spielen und nicht vergleichbar zu Pascal damals oder eben auch jetzt zu den aktuellen Nvidia-Grafikkarten mit Turing. Und Ampere soll halt nochmal der größte Generationssprung für Nvidia werden, um da wieder ein bisschen zurückzukommen. Offizielle Aussage auch. Von Jensen. Und dadurch, dass die das jetzt tatsächlich noch vor AMD rausbringen, obwohl AMD jetzt schon so lange durch die Gerüchteküche wabert, quasi im Hintergrund, habe ich so ein bisschen das Gefühl, entweder ist das eine Panikreaktion oder sie wollen jetzt einfach klotzen und nicht kleckern. Also diese beiden Möglichkeiten sehe ich da irgendwo. Ich glaube, sie haben gemerkt, ey, mit Big Navi, da könnte uns was gefährlich werden. Lass uns einfach unsere Sachen davor ankündigen und somit den Konkurrent Wind aus den Segeln nehmen. Das glaube ich auch. Das auf jeden Fall. Je nachdem, also wissen wir natürlich noch nicht, wird Big Navi so stark wie vermutet oder wird es ein bisschen, ich glaube es wird tatsächlich ein bisschen schwächer als das Topmodell von Ampere, aber wird trotzdem eine richtig starke 4K60 Gaming Grafikkarte. Wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen günstiger, weil AMD kommt auch ganz oft über den Preis oder das Preis-Leistungs-Verhältnis. Alles zusammengefasst, wir freuen uns auf jeden Fall richtig auf den Hardware-Herbst. Auf jeden Fall, ja, ja. Das wird tatsächlich wohl der größte Hardware-Herbst seit Jahren, also mit Abstand, denn es kommen zum ersten Mal richtige Generationssprünge raus. Genau. Es kommen neue Konsolen raus, es kommen richtig krasse neue Grafikkarten raus. Raytracing soll endlich richtig salonfähig sein und ohne riesige Leistungsabzüge. Und kommt auch erstmals in AMD-Grafikkarten und in den neuen Konsolen. Also richtig spannend für alle und was auch an Spielen rauskommt, gehört dann natürlich dazu, ne? Genau, nämlich dieses Jahr soll auch noch das lang erwartete Cyberpunk 2077 rauskommen und tatsächlich gab es diese Woche auch eine neue Ausgabe von Night City Wire, was tatsächlich CD Projekt Reds Video-Format ist, in dem sie ihr Spiel regelmäßig vorstellen auf einzelne Aspekte eingehen und das war jetzt die zweite Ausgabe. Und oh boy, oh boy, wurde da viel Cooles gezeigt. Es gab zwei Gameplay-Videos und auch ganz viele kurze Gespräche mit Entwicklern. Und Mann, oh Mann, hast du es dir angesehen? Ich habe es mir angesehen. Tatsächlich, ich skippe immer die Parts mit der Moderatorin. Oh, nice. Die geht mir irgendwie ein bisschen auf die Nerven. Vielleicht seht ihr das ähnlich. Aber ganz ehrlich, ja, ich fand es richtig geil, was ich gesehen habe, auch mit den verschiedenen Lebenswegen, wie es ja hieß. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz was zu sagen. Genau, genau. Die Lebenswege waren tatsächlich ein interessantes Konzept. Das hat ein bisschen den Hintergrund in den Pen & Paper-Universum, in dem das Ganze eigentlich spielt. Und die Lebenswege beschreiben die Herkunft eures Charakters. Es gibt drei. Das eine ist ein Straßenkind, ist wahrscheinlich in den Straßen der Stadt ein bisschen ärmlich aufgewachsen. Das wurde aber noch nicht so gezeigt. Dann gab es Corporate, beziehungsweise Corporation, was für einen Firmenhintergrund steht. Also ihr wart vielleicht in der Vergangenheit irgendein großer Firmenchef oder für große Firmen unterwegs. Kennt euch da aus, habt ein bisschen Kuhle in der Tasche. Und der letzte Lebensweg ist Nomad. Ihr kommt quasi aus den Außenbezirken der Stadt, also ein bisschen Wüste, ein bisschen ländlich und kämpft euch euren Weg in die Stadt. Und ihr seid in der Stadt dann auch komplett unwissend, was, wie und wo. Denn ihr seid das erste Mal hier. Also was wir gut nachvollziehen können als Zugezogene in die Großstadt. Ein absolut passender Vergleich. Berlin und Cyberpunk. Ja, total. Also ich fand das auf jeden Fall richtig cool. Ich freue mich auch extrem auf die, vor allem auf das Quest-Design von CD Projekt Red. Das wird interessant. Das wird total geil, weil ich bin ein riesen Witcher 3 Fan. Auch nicht nur Witcher 3, sondern Bücher gelesen, alle Spiele gespielt und so weiter. Auch die Comics gelesen? Nein. Die tatsächlich nicht. Okay. Point taken. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, was Cyberpunk 2077 angeht, ob diese Großfigur Geralt von Rivia oder Geralt von Riva wirklich ersetzt werden kann durch so einen doch eher generischen Charakter, der Wii dann eben ist. Verständlich tatsächlich. Denn Wii wird halt eher eine Persona, in die ihr schlüpft und die ihr ausfüllt. Aber sie hat wenig Geschmack, wenig eigenen Charakter. Den formt man dann eben. Genau, den formt man dann selber aus. Aber ob das dann so viel Tiefe bietet, wie so eine vorgefertigte Figur mit ganz viel History, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich kann dich ein bisschen beruhigen. Es wird halt, während bei den Witcher-Büchern die Charaktere halt unheimlich detailliert ausgearbeitet sind und so ein bisschen die Glanzpunkte, ist es bei Cyberpunk eher die Welt, die eben durch den Pen-and-Paper-Hintergrund sehr ausdefiniert ist mit cooler Geschichte, mit coolen Firmen und, und, und. Also bei Witcher findest du eher die Charaktere cool und bei Cyberpunk ist die Welt eher der Star tatsächlich. Und du tobst dich da aus. Ein bisschen wie Skyrim. Du bist ein stummer Held und tobst dich in dieser coolen Welt aus. Das klingt gut, aber ganz ehrlich, wenn ich The Witcher mit Skyrim vergleiche, ist The Witcher 3 zumindest für mich immer noch auf einem anderen Level, muss ich sagen. Wobei, da vertraue ich sie, die Project. Da vertraue ich ihnen eigentlich auch. Aber so ein bisschen Skepsis habe ich auf jeden Fall noch. Was mich auch ein bisschen gestört hat bei den ganzen Preview-Videos, die wir jetzt gesehen haben, war das Grafik-Pop-In. Also ich zocke gerade Ghost of Tsushima auf der Playstation 4 Pro und tatsächlich uralte Hardware eigentlich. Richtig alt. Aber durch gute Optimierung, man hat kein Pop-In, man hat ein grandioses Level Fall of Detail in 4K, klar, Checkerboarding. Aber trotzdem, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob CD Projekt Red, auch weil es ja jetzt mit einem Auto deutlich schneller geht, ob sie dieses Pop-In gerade in der offenen Landschaft einigermaßen in den Griff bekommen können. Ich hoffe es zumindest sehr. Ich glaube es und selbst wenn sie es nicht gleich zum Release hinkriegen, dadurch einfach, dass sie bei jedem Spiel, das sie rausgebracht haben, einfach so viel Support dahinter gesteckt haben, werden sie es bestimmt dann rauspatchen und verbessern. Also bei CD Projekt Red Spielen lohnt es sich, nach ein paar Jahren nochmal einfach reinzugucken, was haben sie verbessert. Meistens sieht es ein bisschen besser aus oder die Storys sind nochmal ein bisschen cooler. Und ich glaube, das werden sie hier auch machen. Gerade auch die Community bei The Witcher 3 war ja immer am Laufen. Die haben da auch eine super Community Manager, sage ich jetzt mal. Die gehen sofort auf alle Vorschläge der Community mit ein. Bin ich auf jeden Fall auch zuversichtlich, dass sie das über die Zeit gut patchen werden. Aber sie waren ja jetzt auch nochmal ein bisschen skeptisch, was das Nahkampfsystem tatsächlich angeht. Ja. Ob uns da eine weitere Verschiebung ins Haus steht? Hoffentlich nicht, aber dazu kann man vielleicht auch noch sagen, lieber fertig und lieber rundlaufen und das Spiel als zu früh released. Wenn sie es jetzt nochmal zwei Monate nach hinten schieben und dann vielleicht Anfang 2021 rausbringen, tut es einem ein bisschen weh, aber lieber ein wirklich cooles Spiel, dass man die nächsten fünf, sechs Jahre feiert als ein blöder Einstieg. Auf jeden Fall sehe ich ähnlich. Ja. Ja, das war es tatsächlich. Das war eigentlich schon auch unser Roundup an News der Woche, die wir so richtig spannend fanden. Wir haben zwei Sachen, zwei Fragen für euch. Tatsächlich würden wir uns freuen, wenn ihr in die Comments vielleicht einen möglichen Podcast-Videoformat Namen nennt, denn uns fällt gerade nicht richtig was Gutes ein und wir nutzen die Schwarmintelligenz, um das Problem zu lösen. Und das Zweite ist natürlich, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, teilt das Video, zeigt es euren Eltern, Omas, Hunden und Katzen auf jeden Fall auch. Wir wollen hier niemanden diskriminieren. Katzen auch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach kurz schreibt, hey, hat uns gefallen oder was hat euch nicht gefallen. Genau. Lasst Anregungen und so weiter gerne da. Wenn ihr auch weitere News-Themen gerne mal besprochen haben möchtet, ab in die Kommentare damit. Genau. Und Glocke nicht vergessen und so weiter, das ganze Spielchen. Dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Peace.